Süchen, ähm, mhm, 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 soo, hier rein, ah, Pausebild hab ich weggemacht, ja. Kuddelmuddel. Na dann. Äh, hier bin ich falsch. Ich muss bis da hoch. Okay. Wo ist denn das? Oh, da gibt's ne Quest. Nö. Will ich nicht. Nein, lass mich, lass mich, lass mich da hoch. Okay. Ha. Aha, aha. Oh nein, ich will nicht kämpfen. Kann ich hier? Komm. Schaff mal. Schaff mal. Ach, ach, schaff mal nicht. Weeeee. Ähm. Nein. Das kann die Nachhut alles erledigen, wenn ihr überhaupt, wenn's die Nachhut überhaupt gibt. Oh, also. Okay, da ist nochmal eins. Alter. Ja. Ja, was ist das? Ach so. Das ist so ne Kack-Bonus-Quest. Ernsthaft? Ja, du siehst mich. Du willst aber nicht mit mir kämpfen. Pfff. Du weißt, was gut ist für dich. Äh. Hier oben? Hier lang? Hä? Nee. Hier lang? Ahhhh. Oh dieiii. Nein, nein, nein. Scheiße. Eyck steckt fest. Kira, hilf mir. Kira. Ich brauche Hilfe. Scheiße. Hilfe. Mama. Och nein. Ähm. Storesort Republic. Chat B4. Chat B4. Ähm. Storesort Republic. Ähm. Ähm. Ich hänge fest. Ich hänge fest und würde mich gern zurücksetzen. Da gab es doch mal so ein Befehl. SvTor Befehle. SvTor Befehlsliste. Hier. Ähm. Konsolenbefehle. Da. Ähm. Emote. Nein. Slash Stuck. Okay. Ähm. Slash Stuck. Und ja, das ist ein Feature von SvTor. Das darf man nutzen. Ähm. Wow, ich muss da hoch. Christian. Oh, ich bewege. Ich habe die Schقت. Ich werde mich sehrениеken. Oh, ich werde mich nicht mehr erreichen. Das ist ein Feature von Rude. Ebenso, ich habe ihn eine Chance. Sie haben keinen Sprech. Die Sprech. Nummer 1 Ha, na, oh, nein Au Äh, wie komme ich da jetzt hoch? Ja Äh, hallo Hallo So Ah Äh, ich muss, was muss ich hier kaputt? Ich muss da, okay Keine Sorge Stopp Wow Du Du Äh Ach du Scheiße Wo muss ich denn hin? Kann ich hier irgendwie die Mauer hoch? Ey, es sieht ganz danach aus Ne, sieht's nicht scheiße Da lang Ich sehe das Teil schon blinken Ich will aber nicht kämpfen So einfach geht's Nein, geht's nicht Scheiße Äh, zurück, 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 zurück Scheiße, ich komme hier unten doch nicht lang Vielleicht hier am Rand Komm ich da hinten überhaupt hoch? Scheiße Äh, ich muss oben lang Scheiße Ja 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 Ähm Lässt du mich hier hoch? Boah Boah Natürlich schaffe ich den Sprung nicht Ei, 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 ei So Wenn ich jetzt hier hinterm Zelt lang renne Ja 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 Vier lang Hahaha Oh, das war knapp Ich muss dich nur gegen diese zwei kämpfen Wex A So schnell stirbt niemand. So. Einfach gegen die da. Die sind erledigt. Alles klar Mäuse. Da ist. Ne ich rede mit der hier drinnen. Ich dachte ehrlich gesagt eine Sekunde, deine Tochter ist da. Dann würde ich nicht was schämen. Ja, deswegen hat es mich ja gewundert. Okay, wieder hier lang. Hier lang. Da lang. Komme ich hier rüber? Ja, nice. Hier lang. So. So. Was ist mit Rewan? Zu ihm gibt es keine Informationen. Ich rate zur Vorsicht. Ähm, jetzt. Den ganzen scheiß Weg wieder zurück. So. Nein, ihr seht mich nicht. Nein, lass mich. Ach so. Ach, schön, wie man den Kämpfen aus dem Weg gehen kann. Und jetzt da rüber und hoch. Krieg ich hin. So. Da drüber bin ich. Da drüber bin ich. Das ist doch überwärts. Nur dann. Du seid doch nicht mehr. Söchen. Kein Loot für Ick. Schade. So. Hi. Hallo? Oh, ich bin eingefroren. Hä? Warum? Ich kann nur noch diese Attacke machen. Warum? Hä? Ich bin noch voll? Verstehe ich nicht. Ich kann nur noch diese Attacke machen. Ich kann nur noch diese Attacke machen. Okay, der Kampf war jetzt komplett umsonst. Wow. Oh. Alter. Ja. 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 Und? Was ist dagegen? Der Lecker. Wir werden Educator niemals aufhalten. Oh. Elizabeth. Hahahaha. H Noch so ein sinnloser Angriff. Wo ist Teron? Wir hatten ein paar sehr interessante Gespräche. Mein Eigenfleisch und Blut. Völlig blind für die Opfer, die ich gebracht habe. Ich habe jahrhundertelang darum gekämpft, die Galaxis zu erhalten. Zukünftige Generationen vor dem größten Übel zu beschützen, das es je gegeben hat. Und ihr alle könnt das nicht sehen? Ihr meint den Imperator? Er ist tot. Ich selbst habe ihn niedergestreckt. Davon habe ich gehört. Ihr seid hier. Kommt schon, wir müssen gehen. Schnell! Teron! Ihr seid ganz alleine entkommen. Wenn ich doch nur mehr Zeit gehabt hätte, um euch die Augen zu öffnen. Er hat einen Signalstörer, der jegliche Raumschiffkommunikation im Rishi-System verhindert. Die Flotten werden quasi direkt nebeneinander aus dem Hyperraum kommen. Keine Koordination. Saboteure in jeder Crew. Das gibt ein Massaker. Und endlich wird das Feld von allen Ablenkungen befreit. Selbstzerstörungssequenz. Schnell, wir müssen los. Achtung! Achtung! Ah, der ist schon da unten? Nein. 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 No. No. Na. No... No. Ja. eintreffen ich mache mich sofort auf den weg wir treffen uns dort ich muss auf meinen rückweg noch ein paar sachen mitnehmen und hier wieder raus und ich muss zum dorf zurück ja ist klar kann ich hier unten durch rennen so hier 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 lang hier sind ja überall welche hier lang erstmal hier weiter hier lang ne da oben stehen welche äh falsche richtung also hier dann komme ich hier hoch nein ok keine gegner ich habe es geschafft schön so muss es sein ich muss auf jeden fall da lang komme ich hier da komme ich natürlich lang geil ich bin mir noch eine fette Schweineachse die rumdaddelt Schweineachse oder Steinachse Schweineachse äh noch was anderes ich habe die Schweineachse nicht verstanden ok die wirst du erkennen was ich meine was ich meine geil ich gehe die kämpfe mir aus dem weg weil ich mich einfach irgendwie an den Bergen überlang glitsche das ist geil und entspannt äh ich muss da hoch tatsächlich au geh weg Monster sonst esse ich deine Kinder hä wieso bin ich jetzt wieder hier ich muss auf jeden fall da lang da sind aber und so also hier hoch hier lang hier lang gut und jetzt hier lang oh fette Schweineachse da kriegt man glatt Hunger und das muss ich hier machen irgendwas muss ich hier machen ein Angriff aus der Luft ist zwecklos die Luftabwehr ist viel zu stark aber ich habe Angst vor ihnen zählt das nicht welche anderen Optionen haben wir ich glaube ein Bodenangriff ist unsere einzige echte Chance den Störer auszuschalten überlass das mir perfekt wir arrangieren den Transport für euch die Flotten die Flotten werden jeden Moment aus dem Hyperraum kommen je länger wir warten desto je länger wir warten desto mehr verlieren wir oh je die Revaniter konnten schon zu viele Leben nehmen wir werden der Sache jetzt und hier ein Ende setzen nun ein Schritt nach dem anderen ich muss erst noch die letzten dieser Nova Blade Dateien hacken sie enthalten Daten zu jedem einzelnen Schiff das von den Revanitern infiltriert wurde sobald die Störung behoben ist müssen wir alles übertragen was wir haben um die Flotten davon zu überzeugen das Feuer einzustellen und die Revaniter in der eigenen Crew festzunehmen eine Sache noch da Lana gerade nicht hier ist passt auf euch auf ich glaube so langsam dass mein kleiner Besuch bei den Revanitern ihre Idee gewesen sein könnte ihr glaubt sie arbeitet für die Revaniter? nein aber ich glaube auch nicht dass sie alle Karten auf den Tisch gelegt hat also seid einfach vorsichtig okay ich werde wachsam bleiben gut wenn sie zum Fightbot zeig ich jetzt nicht Schwert was das ist die 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 8. 7. 8. 11. 12. 15. 16. Einzelspieler muss starten. Danke. Da kommen noch schnell. Achso. Ja. Das sieht hässlich aus. Ich weiß nicht, ob ihr mich empfangt, aber ich bin angekommen. Wir empfangen euch. Süchen. Äh, da lang. Der Störer ist in Sicht. Ich versuche euch hindurch zu helfen, so gut es geht. Aber dieser Signalstörer könnte für ein paar Probleme sorgen. Oh, ich bin hier alles. Okay, Moment mal. Der Helm ist ja besser, als der, den ich jetzt habe. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Der ist ja besser. Aber nur vom Rüstungswert her. Schnelligkeit und Beherrschung kriege ich ein bisschen mehr Ausdauer. Und Angriffskraft ist ein bisschen weniger. Egal. Ich habe mehr Life. Und das Lichtschwert ist... Hä? Warum habe ich ein Lichtschwert, das so 623 Damage macht? Hä? Äh, das verstehe ich jetzt nicht. Hä? Das macht 1, 3 bis 2, 5. Das macht 400 bis 600. Wenn ich das vergleiche. Plus 900 Minimum Schaden. Sind wir bei 1, 3, 6, 7. Das ist das gleiche, nur im Grün. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Dann sind wir bei 2050 Max-Schaden. Ne, das ist genau das. 1 zu 1 ist gleiche Schwert. Egal. Ähm. Den Rucksack kann ich öffnen. Das machen wir. So. Und den Rest wird verkauft. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. Süße. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren... Ah. Hallo? Kämpfst du mal? Ah. Okay. Nee, ganz viele Lieblingswerber. Und alle tot. Und alle tot. Und alle tot. Eins von drei. Ach, Kirol Masters. Hast du die auch nicht eingestellt? Nö. Achso. Aber dann unterstützt du dich vorbei. Ach, du bist in... Fürstern. Genau. Also Story. Bedingt. Sücheln. Sparante. Ja. Sparante. Es geht nicht. Wendet. St祥. Oben. Ja. Ja. Das ist da einmal, das da hinten einmal. Das ist da einmal, das ist da einmal. Und das da. So, shit. Oh. So. 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 Das war's für heute. Das ist unser Koleger. Das ist unser Koleger. Das ist unser Koleger. Meine Maus. Komm, hört doch auf. Die ersten Saison ist tot. Das ist unser Koleger. So. So. Okay. Ne, das ist schlecht. Das ist schlecht. Not in there. Na, bitte. Oh, ich weiß nicht. Den Störer befindet sich ein Kraftfeld. Ihr müsst ein paar Sicherheitscodes besorgen, um es passieren zu können. Ich dachte, ich wäre so weit zu durch, ne. Wir hören uns, wenn ihr den Störer lahmgelegt habt. Zeigt sie erst mal eine zweite Map, wie ein ewig großes. Ach, du bist immer noch dabei. Alles kaputt? Nein. Ich bin immer noch im Story-Ding. Ach so. Oha, ich kann hier ein bisschen... Kann ich hier abköpfen? Kann ich hier abköpfen? Oha, großartig zu kämpfen. Oha, großartig zu kämpfen. Wir haben jetzt die Bestung. Oha, großartig zu kämpfen. Das ist ein Spielst für ein Team, ich bin ein Mann. Oha, großartig zu kämpfen. Oha, großartig zu kämpfen. Oha, großartig zu kämpfen. So. Oha, großartig zu kämpfen. wie viel geld habe ich das müsste für 1 2 sachen ausreichen 100.000 200.000 das würde mich dann 200 kosten 150 200 200 200 250 250 und wie viel habe ich genau 250.000 kaufen kaufen so macht man es nicht anders warum kann ich den scheiß kleider nicht benutzen ach kommt es wird langsam langweilig ja Äh, nach da drüben. Ist das drüben? Da ist das drüben. Äh, da ist das drüben. Äh, da ist das drüben. Ich würde einfach nur noch da rein. Hallo? Süßen! Jetzt, wer macht das schon? Oder auch uns? So macht man Astroide, nicht anders. Wo ist Kira? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Die taucht schon wieder auf. Hammer, wo jetzt sie hin? Oh, jetzt mal ernsthaft. Ich höre sie. Sie ist bestimmt wieder unter der Map. Alter, jetzt bist du da rüber. Ernsthaft? Oh, fuck. Oh, fuck. Gibt es da drunter irgendwas? Gibt es da drunter irgendwas? Hä? Ach, da muss ich sogar rein. Oh, dann habe ich ja voll abgekürzt. Cool. Da drüben ist das Terminal. Da drüben ist das. Ich höre die drüben. so schön jetzt hier wieder raus wie über die halbe man brennen steht hier ich weiß doch dass das spiel so funktioniert dann sollen sie wenigstens ein kleider aktivieren dass man hier gleiten kann aber niemand muss alles zu fuß ab laufen da oben kommt die nächste kampf arena das oder Oh. 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 Wurst du mal auf? Oh. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Na geht doch. Fischbar. K7. Soll mit dem Grün ausgetauscht werden? Macht er auch schön. So, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir dort. Oh Gott, äh, alter. Leck mich fett. Äh, doch hier. Ach jetzt, wer macht das schon? So viele sind das nicht Deine Oh, gab ein schönes Piu-Piu. Genau, jetzt rutscht er ein. Oh, jetzt kommen die Nächsten. Alter! Ich habe so eine Billo-Roboter! Oh, mein schönes Smell. Ich bin die Nächsten zu. Alles gut! Ich bin der Nächste. Untertitelung. BR 2018 Ja, nö, ist klar. Ach komm, was hält denn der alles aus? Willst du mich verarschen? Hey, ich bin gleich down. Was ist denn mit dem Falsch? Geht auf oder werdet ausgelöscht. Keine Sorge. Verbündete erkannt. Geht auf oder werdet ausgelöscht. Geht auf oder werdet ausgelöscht. Geht auf oder werdet ausgelöscht. Ach komm, wir haben safe doch gemacht. Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht auf und verschwindet. Das muss ein Ende haben. Jetzt hat die wieder so'n hessige Shit-Chain-Einrichtung. Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht auf und verschwindet. Melde Schäden. Verbündete erkannt. Ich werde euch ausschreiten. Ich werde euch ausschreiten. Geht doch. Keine Sorge. Geht durch. Ihr habt es geschafft. Ich schicke die Daten jetzt raus. Republikanische Flotte, bitte kommen. Empfangt ihr mich? Hier ist das Flaggschiff Don't Less. Stelle euch zum Kommandodeck durch. Hier spricht Satil-Chain. Müssen wir uns bei euch für die Deaktivierung dieses Störers bedanken? Ja, aber das war nicht alles. Es befinden sich Verräter auf jedem einzelnen Schiff der Flotte. Auch der Imperialen. Sie manipulieren den Kampf von beiden Seiten aus. Ich übermittle jetzt die Namen der Verräter. Sie sind Teil eines Kults. Des Rewan-Ordens. Rewan? Aber er wurde getötet. Anscheinend hat er das anders gesehen. An alle Schiffe, Feuer einstellen. Einen Kanal zum Imperialen Kommandanten öffnen. Ich habe zugehört. Was Intrigen angeht, ist diese hier überaus kreativ. Es ist die Wahrheit. Treibt die Leute von Terons Liste zusammen und überzeugt euch selbst. Und falls ihr Recht habt? Was schlagt ihr dann vor? Eintreffen. Von Angesicht zu Angesicht. Auf neutralem Boden. Es gibt eine Stadt auf der Oberfläche, die Räuberbucht. Wir übermitteln die Koordinaten für den Treffpunkt. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. Das ist da. So. Ichcke die Delle wieder aufflutschen. Ach. na komm dann schneller hier gab es wieder was einmal das da einmal das da was ist das vielseitiges heft 74 und das auch nicht ich war jetzt aber ein kurzes post ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017